Deutschland, mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich sieben Kinder hab. Um 23.15 Uhr haben wir, 23.15 Uhr. So, was geht? Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn nicht, ist mir auch egal, ich verdiene trotzdem mein Geld. Ja, herzlich willkommen zu... Kleiner Funfact, ich weiß, so was behält man eigentlich für sich, aber ich hatte gestern Abend mein erstes Mal, Leute. War echt krass, ne? Ohne Spaß, ich hatte echt nicht gedacht, dass alles so sauber abläuft und so. Der einzige Nachteil an der ganzen Sache ist, ich muss das Video jetzt im Stehen aufnehmen, ja? Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Augenblick, warte, einen Augenblick. Spaß bei selten, Leute. Ich dachte mir, ich bringe einfach so ein bisschen Abwechslung hier ins Spiel rein, deswegen so andere Perspektive und so. Das Gute an der neuen Perspektive hier ist, man sieht hier einfach mein Lego Star Wars The Clone Wars Republic Starfighter von Anakin. Ich find den so cool, ne? Okay, wir können anfangen. Heute gibt's ein neues Video und das war übrigens Lego-Shaming, okay? Stichwort Shaming, ja? Heute gucken wir uns einen YouTube-Kanal an, der meiner Meinung nach, ja, echt unterschätzt ist, ne? Und wirklich sehr wichtige Probleme der Gesellschaft anspricht. Ich meine, in einer Welt, wo jeder neunte Mensch an Hungersnot leidet und über 3,4 Milliarden Menschen unter der Armutsgrenze leben, wird uns endlich beigebracht, die richtigen Pronomen zu benutzen und Frauen ihre Achselaare wachsen zu lassen. Puh. Ja, meine Damen und Herren, es handelt sich... Warum haben Sie Damen zuerst gesagt? Das ist sexistisch. Achso, okay. Sehr geehrte Menschen, ich... Identifiziere mich als... Optimus Prime. Was? Ich bin Optimus Prime. Und ich schicke diese Botschaft an alle... Denk an was Schönes, denk an mein Pimmel einfach. Kurz mal vorweg, ich hab weder irgendwas gegen den Feminismus, noch will ich für irgendwelche Personen fertig machen oder so. Ich hab keinen Plan, wie ich jetzt reagieren werde, also ob ich jetzt eher auf diese ernste Schiene gehe oder ob ich mich einfach drüber lustig mache. So, mal gucken, ne? Wir machen einfach spontan. Scheiß drauf, wir gucken einfach, was die hochladen, okay? Der Herr bewahrt, der Herr behütet, der Herr beschützt. Das gefällt mir echt gar nicht, wenn Frauen das mit jedem machen, ne? Die leiern dann echt aus. Hey, sorry, what? Erstens ist das Slutshaming. Es steht absolut allen Menschen zu sich sexuell auszuleben. Hä, das ist doch klar. Also ich meine, die Frauen, die ich kenne, die haben doch überhaupt gar nichts, was ausgeleiert werden kann. Oder ist damit jetzt spezifisch der Penis gemeint? Was? Frauen haben keinen? Digga, als ob Frauen keine haben, ne? Das kannst du mir doch jetzt echt nicht erzählen. Was sind das dann für Videos, die ich die ganze Zeit gucke? Warte, Spaß, ne? Ich weiß, dass Frauen keine haben. Sie haben nämlich zwei, ne? Wobei, die von gestern hatte, glaube ich, vier. Der Bruder schneid das raus. Helikopter! Halt! Wau, 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 wau! Boah, ey, kannst du dir mal deine Achsel rasieren? Tja, du findest meine Achselhaare schlimm, dann warte mal ab, bis du meine Arschhaare siehst. Das ist ekelhaft. Nein, glaub mir, die schmecken besser, als die aussehen. Your buddy, your choice. Seit 11 Uhr steht fest, der Friedensnobelpreis 2000. Ey, Maria, was bedeutet eigentlich nicht binär? Nicht binär, also auf Englisch non-binary, bedeutet nicht männlich und nicht weiblich. Darunter verstehen sich Menschen, die nicht in das binäre Geschlechtersystem passen. Nicht binäre Menschen können trans, cis oder inter sein. Sie können einen weiblichen, männlichen oder anderen... Okay, dagegen will ich absolut nichts sagen, ja? Und zwar, ich kenne selber jemanden, der ist nicht binär. Optimus Prime. Ne, ohne Spaß, dazu habe ich sogar eine Story, ne? Okay, passt auf. Und zwar, äh, die Person, ne? Sie ist eine Frau, aber sie war halt früher ein Mann, ja? Also so mit Yadak und so. Sie wohnt auch hier in der Nachbarschaft bei uns. Jedenfalls, sie lässt sich richtig durchbumsen von allen, ne? Und das Krasse ist, jetzt schlalt euch an, sie macht alles für, ich glaube, nur 10 Euro oder so, ne? Ohne Spaß, wie kann man sich so unterm Wert machen? Ja, und du hast deinen Schlüssel bei mir vergessen. Alles gut, Bruder, legst da hinten hin, den 10 Euro-Schein da. Jedenfalls sicher. I'm on a sugar crash, I ain't gonna fucking cash, maybe I should take a step. Aber nochmal, wer sich fragt, was meine Meinung zu den Geschlechtern ist. Zwei, sie sind keiner mehr, keiner weniger. War natürlich nur Spaß, ne? Es gibt mehr als zwei Geschlechter. Optimus Prime. Zwei Milliarden Menschen haben ihre Tage und das Blut in der Tampon-Werbung ist immer noch blau. Oder roter Glitzer. Das nennt man übrigens Periodenshaming. In irgendwelchen Horrorfilmen gucken wir zu, wie das Blut nur so spritzt. Ja, klar, weil eine Werbeanzeige ja auch genau dasselbe ist wie so ein Horrorfilm irgendwie im Kino oder so, ne? Bruder, wie viele Shaming-Begriffe existieren bitte? Ey, sag mal bitte, sind das so ausgedachte Wörter oder gibt's das alles wirklich? Ey, sorry, ne? Aber diese Seite denkt auch, dass das Verhältnis zwischen Männern und Frauen auf der ganzen Welt so ist. Also, ich finde, dass... Aber nein, so ist das nicht. Also, bei den meisten jedenfalls nicht, ne? Aber bei mir schon. Die männlichsten Sätze ever. K2. Also, ich kann mich echt gar nicht mehr erinnern, weil ich das letzte Mal geweint habe. Ich schon, Digga, als der letzte Finanzamtbrief kam. Weinen und über Gefühle sprechen wird zwar gesellschaftlich als unmännlich gesehen, aber ist tatsächlich sehr wichtig für die psychische Gesundheit. Hey, das Bullshit. Ich meine, habt ihr jemals Sporttag kusset oder so weinen sehen? Wusstest du, dass Depressionen bei Männern viel seltener erkannt werden und sich Männer fast dreimal so häufig umbringen wie Frauen? Also, Männer, bitte sprecht über eure Gefühle. Ey, dir tut mir voll leid, ne? Ich meine, Koa, stellt euch mal vor, ihr seid so eine TikTok-Seite. Ihr gebt euch so richtig viel Mühe dafür, dass Jungs nicht so dieses Standard-Männer-Bild im Kopf haben. So, man muss männlich sein, keine Emotionen zeigen und so. Aber das verändert einfach so nichts, ne? Ich meine, wir Jungs, wir verhalten uns trotzdem alle so wie diese 13-jährigen Kanacken nach McFit-Probetraining. Mach ein paar Posen mit mir. Okay. Kurz Werbepause. Du bist zur Höllefahrt. Du bist zur Höllefahrt. Hast du schon mal darüber nachgedacht, freiwilligen Arbeit in zum Beispiel Afrika zu machen? Denk noch mal darüber nach. Wenn du das tust, um dein Gewissen zu beruhigen oder für dein Insta-Feed, dann nennt man das White Xavier-Komplex, weil eigentlich stellst du dich nur als Wetter da. Digga, das ist doch scheißegal, dann soll man das eben nur für den Insta-Feed machen. Aber man macht es doch, man hilft den Menschen. Von mir aus machen 50 Insta-Stories dabei. Ein auf den so ist es trotzdem schlimm, um die halbe Welt zu reißen, sich Zeit zu nehmen, so hilfsbedürftigen Menschen zu helfen. Nur weil man es auch online mit anderen teilt, digga, da krieg ich so einen Hals. Ich hab einen Test für dich zu mitmachen. Denk mal an deinen Lieblingsfilm. Star Wars. So, hast du? Und jetzt überleg mal, gibt es in diesem Film mindestens zwei Frauenrollen? Ja, da werden sogar kleine Kinder rumgebracht. Sprechen diese Frauen auch miteinander? Sprechen die auch über was anderes, dann über einen Typen? Klappt nicht. Dann hat der Lieblingsfilm den Bechteltest leider nicht bestanden. Das ist ein Test, mit dem man ganz leicht herausfinden kann, wie stereotypisch Frauen in Filmen dargestellt werden. Einer hat kommentiert, ne? Jetzt passt auf. So stelle ich mir Feministen vor. Guck mal, es gibt so viele Szenarien und Orte, an denen der Feminismus wirklich nötig ist. Aber, ey, kennt ihr das? Ich muss gerade daran denken, kennt ihr das? Ja, ich bin dafür, dass Frauen mehr Rechte bekommen, aber... So was tut einfach nur weh, Digga. Ja, und ist euch mal aufgefallen, wie sauer diese Leute immer im Vergleich zu den Leuten sind, die bei diesem Thema einfach grundsätzlich humorvoll drauf sind, so wie ich, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich zeig's euch. Hallo, ich bin Joe und ich bin nicht binär. Oh mein Gott, oh mein Gott, welche Pronomen soll ich benutzen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Keine Panik, ganz einfach. Geschlechtsneutrale Pronomen, die man auf Deutsch benutzen kann, sind... Mein Gott, mich würde es mal so sehr interessieren, ob es wirklich ein einziges Mal so eine Situation gab, wo eine nicht-binäre Person sich übel die Gedanken gemacht hat und wirklich so richtig depressiv oder so geworden ist, nachdem man sie mit ganz normalen Pronomen und nicht mit F von X gleich MX plus B oder so... War das gerade eine Ansage oder was? ...angesprochen hat. Digga, ich küsse alle binären, alle nicht-binären, ne? Hamdollah, wir sind alle Menschen. Hamdollah, ich bin lustig! Oder Lars, was sagst du? Rinn in die Hohleböhne, lass, du willst hoch? Dann versteckt dir nicht der Kamerakomfort. Okay, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe echt Kopfschmerzen ohne Unschwass. Das war alles viel zu viel für mich. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like da und sagt mir mal bitte wirklich, ob euch so diese Perspektive hier gefällt. Ich küsse eure Herzen, toleriert bitte alle Geschlechter und vergesst niemals. Wie sagen die alten Texaler immer? Rinn in die Hohleböhne, auf euch! Oh, ganz kurz, stopp, bevor das Video zu Ende geht. Die, die mir auf Instagram folgen, die wissen, dass ich vor drei Monaten ein Lichtschwert bestellt habe und richtig heiß drauf war. Die ganze Zeit habe ich drauf gewartet. Und jetzt ist es endlich angekommen und ich habe ein Video dazu auf meinem Zweitkanal gemacht. Ey, Leute, es ist so geil, es ist so ein realistisches, geiles Lichtschwert. Jedenfalls, jetzt kommt der lustige Part. Die Firma, die das Lichtschwert gemacht hat, die sind aus Amerika und sie werden auch das Video auf dem Zweitkanal sehen, obwohl sie gar kein Deutsch kennen. Deswegen tut mir bitte den Gefallen, das war richtig korrekt von euch, die waren so lieb zu mir. Bitte geht auf den Zweitkanal und lasst einfach ein Like da auf dieses Video. Erster Link in der Videobeschreibung, ich küsse euch. Ich schwöre, ich hab auf sieben, so viel hab ich getrieben.